Hey ho, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Wolf. Heute, ja, sind wir glaube ich auf der anderen Map, das heißt, es gibt mal was Neues. Wir gucken uns glaube ich die Titanic an, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann geht's auch schon los. Ja, heute auf dem neuen Map, hier nämlich auf der Titanic. Ich wollte so vieles von euch gesagt haben, ja? Und okay, du bist ein Schaf. Okay, tüte... Ah, hier ist der Tester, okay. Den Wolf umzugewinnen, okay. Toll, jetzt bin ich erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Was? Auch heldenhaft von mir. Ey, wer von euch hat... Warte, Julian. Irgendwo von euch hat gesagt, er ist ein Wolf. Julian, warst du das? Julian hat das gehört. Oder hab ich das gerade nur zu gehört? Ja, Flo, du hast gesagt, du bist ein Wolf und hast dich wahrscheinlich selbst ertappt oder so. Weißt du, du willst uns nur veräppeln, ey? Okay, okay, Flo. Hä? Ich will euch einfach fragen. Spaß, ich bin scharf. Okay, Flo ist gemein. Ja, klar. Ey, wie haben wir es sich? Ich muss sagen, ey, chill mal eure komplette Basen, bevor ich mich verdächtig, okay? Es sind so viele Kisten, die noch nicht geöffnet sind. Die sind einfach leer. Ey, okay, guck mal, ich geh in den Tester, okay? Und ja, du, das Flo, das ist ja erlaubt. Nein! Doch. Oh, der hat jetzt sich dieses Schafspelz holt. Ich hab keine... Was für ein Schafspelz? Ich will nur mal sagen, dass ein paar Leute haben so eine Analyse gemacht von den ersten zwei Wolf-Folgen, Tops lenkt immer von sich ab, wenn er Wolf ist, aber wirklich immer, ja? Ist er in die Kommentare eingeschrieben? Hä? Das... Wie soll ich sagen, ja, okay. Guck mal, guck mal, guck mal. Das, was du gerade sagst, Tops ist bei mir in der Nähe. Achtung, Gefahr. Ui, 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 ui hat ein Schwer. Apo, Julia, wo bist du in der Lebst noch? Oh, ich bin bei der Analyse. Ja, ich bin bei der Analyse. Okay, 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 okay. Ich sage nur mal dazu, ich hab, ähm, ähm, es gab schon zwei Folgen, ähm, ähm. Ähm, es gab schon zwei Folgen, ähm, vier, 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 vier. Äh, äh, du wollen, ich hab dir gerade geholfen, die Tür aufzumachen. Du hast mir nicht geholfen, die hier aufzuwachen. Ey Ronny, wo bist du? Wir haben eigentlich schon relativ gutes Vertrauen in der letzten Folge aufgebaut. Leute, ich hab ein Dingspad, ein Slimepad. Ich vertraue dir kein bisschen Tops, kein bisschen. Ich bin übrigens gespannt, wie das Ganze hier aussieht auf der Map hier. Ich hab die Map noch nie gespielt, ich kannte den nur von einer von einem Roll. Was denn da? Ich hab immerhin zwei Dierschwerter. Ey, ich hab auch zwei Dierschwerter. Ja, ne, ist schön. Ronny, komm zu mir, ich geb den Dierschwert. Wo bist du denn? Das würde ich nämlich nur einem Schaf geben. Ich bin ein Schaf. Was für ein verrückter Zufall. Gib nicht Tops ein Dierschwert. Bist du unten? Ja, ich bin unten. Ich stell mich mal zu diesem Sonnenschirm auf der gegenüberliegenden Seite vom Schiff, wo der Tester ist. Oh mein Gott, ich hab richtig viel Emeralds hier. Was kann man dir alles kaufen? Richtig viel. Wolfsuche. War ich doch nicht Wolfsuche kaufen? Ja, kauf mal Wolfsuche. Wipecase 3 kauf ich mir mal hier. Ich kauf mal Wolfsuche. Wipecase 3, komm, bitte. Bitte Glück, bitte Glück. Entweder Tops oder Castle45. Ey, 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 es ist safe Tops. Es ist safe Tops. Es ist safe Tops. Es ist Tops. Alles Gas. Wo bist du denn du? Ich hab einen Slime Strike Bogen. Ich schieß mir keine Pfeile ab. Nee, aber die kannst du kaufen für Gold. Jury kann sich sein. Aber es kann... Ey, chill mal. Wenn Julian... Nein, 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 beruhigt euch. Was, wenn Julian gerade nur Fake-Name gesagt hat vom Wolfsuche? Komm mal an Alltesten, komm mal Alltesten. Erstmal kein Spaß. Das wäre echt die geniale Taktik, wenn der einfach nur Fake-Name sagt. Hä, der Tester ist auf der einen Seite vom Schiff. Ey, komm mal rein hier. Auf der einen Seite vom Schiff. Diese Wegbeschreibung... Ja, es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite ist ein Soundschiff. Auf der anderen Seite ist der Tester. Wie schwer. Ey, das ist die beste Beschreibung, ja. Ey, bei mir hat irgendjemand Splintgrad hier im Weapon Case bei mir. Das bin ich, das bin ich. Okay. Ey, wo ist denn Tops? Tops, komm jetzt zum Tester sofort. Das ist wie so ein Wolf. Ja, ne. Ich... Doch, würde ich auch sagen. Ey, wirklich. Die Zuschauer haben halt echt recht längst halt. Immer von der Art. Immer, wenn man dich verschuldigt. Unglaublich verdächtigt, Tops. Ich sag sobald wir ihn sind, töten wir ihn einfach. Ey, wo seid ihr denn? Das Schiff ist viel zu groß, habe ich das Gefühl hier. Na, das Schiff ist deutlich... Ich finde das Schiff so viel besser als die Schulmap. Weil die Schulmap fand ich viel zu groß. Ja, auf jeden Fall. Die ist wirklich riesig, aber... Oh, Juli ist bei mir, Juli ist bei mir. Flusspill, Flusspill. Ah! Juli, komm her, ich hab'n dir Schiff für dich. Leute, Juli! Der ist wirklich riesig, aber... Was ist denn Gelsi-Schwert oder so? Was ist denn Gelsi-Schwert? Okay, Juli ist ein Pfeiler. Da kannst du ja. Wie gesagt, kannst du kaufen für 10 Gold, oder? Oh, oh, oh! Wer wird angegriffen? Fluss, 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 Fluss! Alles klar, Fluss. Tops, wir wissen Bescheid. Entschuldigst du dich? Warum soll er sich entschuldigen? Das ist dein Job. Zu sagen, dass er es nicht ist. Fluss hier, Fluss hier bei mir! Achtung, Achtung, Achtung! So, okay. Oh, genau, ich rufe dein Glück hier! Auf geht's! Und ich lummisch sage... Ey, kein Spaß! Du bist ein Schaf, achte auf deine Freunde, ein Wolf-Leute in der Nähe! Wie ist denn ein Schaf? Ja! Ey, Tops ist es, Tops ist es, Tops ist es, erd gezögert. Hey, was? Was? Wieso? Okay, ich vermute einfach, dass es los ist. Mein Bauchgefühl, Bauchgefühl. Ich bin's nicht, ich bin Schaf, guck mal! Achte auf deine Freunde, ein Wolf-Leute in der Nähe! Das ist, was ein Schaf sagen wir nicht, ist Julian in meiner Nähe. Ey, ich war voll Wolf, ja, ich hatte vorhin den Text nicht, ja, von Schaf aus, ich konnte nicht hochscrollen jetzt. Okay. Das ist mein Alibi. Also, glaubt mir, du glaubt mir nicht, äh, ich war euch, äh, also nicht euch, sondern den Wolf will nicht töten. Wow! Ich wär auch den Wolf! Was ist das für eine Logik? Hey, ist der Geheimgang? Hey, ist der Geheimgang? Hey, doch, hieß irgendwo ein Geheimgang, aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Warte mal. Ey, ich muss die ganze Schrift erkunden, ich finde es voll interessant hier. Wir haben noch eine Wildmap, aber... Ronja, du bist auch ein bisschen still grad. Ich, äh, nö, ich bin hier auf dem Unterweg. Ronja? Hier ist so ein... Ey, Ronja hat diesen Unterton, also ich, äh, mein Verdammt, ich hab Ronja. Was? Nein, ich bin gerade verwirrt. Ich hab hier einen Knopf gefunden, aber der aktiviert einfach nix. Ey, Ronja hat diese lügerischen Unterton. Kein Witz! Hey, guck, guck, Julian, hier ist ein Knopf. Und guck mal, ob sich hier irgendwas öffnet in der Nähe. Nein, 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 das ist ne Falle, das ist ne Falle! Das ist keine Falle, Julian, vertrau mir, okay? Ich, äh, hol nicht mal mein Schwert raus. Wenn, dann hab ich eh nur noch ein Schwert. Leute, äh, dings, ich bin wirklich safe. Ich schwöre auf mein Wörterbuch. Ich sag dir, ich hab wirklich nichts. Ey, Leute, du lenkt von sich ab. Ey, aber in dem Tops sagt, dass ich von mir ablenke. Klingt ja von sich ab. Also, das ist Tops, auf geht's. Auf geht's. Doch! Umkehrpsychologie. Ich glaub mir, da klappt. Ey, ich bin gerade unten, eigentlich unten ist auch übelstviel. Was sag ich denn? Ey, es war kein Spaß, wirklich jetzt mal. Tops, komm mal. Das ist ein Lagerraum. Hä, was ist da? Tops und dir schwarz. Tops, ich glaube auch, was ist es. Ja, ich bin's hundertprozentig nicht. Ich bin's hundertprozentig nicht. Ey, ich glaub wirklich safe ist es Ronja. Ja, ich hab keinen mehr gefunden. Das ist einfach straight eine Lüge. Ich bin bereit, irgendjemandem eine Lederhose zu schenken, der auch ein Schaf ist. Eine Lederhose. Ja, mei, ich hab ne Eis. Die guten alten Lederhosen. 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 Hier, Tops. Bist du gerne eine Lederhose? Ich bin ja irgendwie der Lederhosen. Ja, okay. Ne, also ich muss ja auch nicht. Ich wollte hier nur netzeln. Der muss hinten Eisenkisten hier. Tops, hast du wirklich gesehen? Gerochen oder geschmeckt? Was? Ne. Oh mein Gott, Tops ist es. Tops ist es. Hä, wieso? Ich stehe einfach nur rum. Ich muss jetzt mal gucken, was es jetzt so alles gibt. Ja, das ist jetzt verdächtig gewesen. Das ist auf jeden Fall Flo. Äh, Flo, ähm. Flo redet jetzt einfach nicht mehr. Flo will uns trickst dann. Ich sag, das ist Flo. Sobald irgendjemand Flo sieht, wir töten Flo. Okay? Ich bin's nicht. Die wollte ich trollen. Ja, ja. Du musst dich halt auf mich lenken. Du bist auf jeden Fall der Wolf. Definitiv. Wollen wir ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Jule, lebst du noch? Ja, ja, ich lebst noch. Oh mein Gott, Jule ist tot nicht los. Ich bin mir so sicher, dass es Flo ist. Doch. Du kannst nicht sein. Jeder von uns hat eine 30% Chance, es Wolf zu werden, okay? Ja. Aber ich mach's keinen Sinn, weil wir auch nur 20% an ergeben haben. Egal! Ähm. Ich hab Reisendrück gefunden. Ey, ich muss mir jetzt mal was kaufen. Was passiert jetzt im Schafshop hier? Du musst klingelt hier. Wolfsucher. Wer ist das? Entweder Tops oder Ronja ist es. Das Hilfspiel geht an 0, weil ich... Alles klar, dann ist es Tops. Okay, ich töte Tops. Hey, was? Okay, Ronja. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es Tops ist. Ich schwöre euch, dass es Tops ist. Ich glaub, es ist Ronja. Leute, es ist hundertprozentig Tops. Hä? Wieso soll ich es immer gewesen sein? Ja, weil ich's nicht bin. Ey, warte mal, chill mal, chill mal, chill mal. Ey, soll ich mal was probieren, bitte? Hab die Emoryte. Juleen, komm mal her zu mir. Juleen, du bist safe nicht. Juleen, komm zum Tester. Hier, Juleen, sechs Emoryte. Wir wissen, es ist Tops. Jetzt müssen wir nur noch Tops irgendwie. Ich muss nur irgendwie... Hallo Ronja? Tops? Ich hab Tops gemacht. Tops? Ja? Was? Okay, er lebt beide noch. Warte, Juleen, ich kaufe jetzt noch einen Wolfsuch. Mal schauen. Ich hab... Entweder... Oh, denk, 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 denk. Ich habe zwei Wolfsuche gekauft. Der erste sagt, entweder Tops oder Ronja. Jetzt ist nur das Zweite sagt, entweder Tops oder Julian. Sage ich ja die ganze Zeit. Oh mein Gott, das ist ein geiler Trick! Es ist ein geiler Trick. Es ist ein geiler Trick. Hä, Amen. Oh mein Gott, das ist ein geiler Trick. Bitte schön, bitte schön gehen. Du kannst dir nur zweimal Wolfsuche kaufen, weil du es so save oder Wolfs. Haha. Aber, das ist natürlich nicht übelst teuer, war das du denn so viele Emeralds her? Genau. Wo er will? Oh mein Gott! Top ist ja innen drin im Ding, ich brauch Hilfe! Er killt mich! Warte mal! Innen drin, oben, wenn du reingehst! Ich seh's, ich seh's, ich bin hinter dir! Nein! Alles klar! Wir haben uns ja auch neue Regel festgelegt, nämlich folgendes. Es darf jetzt nur noch ein Wolfsburger kaufen. Ja, man darf pro Runde nur eine Wolfsburger pro Person kaufen. Insgesamt, oder? Und da kommt Pol, Leute! Ja, Tester! Achte auf deine Freunde, eine Wolf laut in der Nähe! Ich bin scharf! Achte auf dein Schaf, eine Wolf laut in der Nähe! Achte auf dein Schaf, alles klar! Ey, der Test ist aber inaktiv! Das heißt, wir müssen jetzt wirklich auf Vertrauensbasis hier dingsen, gell? Ja! Der Tester ist da, johmai! Aber du, der Tester ist da! Ich bin jetzt auf meinem Berg und johle, wie der gute Eidegger aus dem Film. Ich war's schonmal, topf war schonmal! Ey, ich müsste jetzt Ronja oder Juran sein! Das ist ne komische Logik, wenn man über Zufall redet! Ronja, was geht in der Chat? Du bist ein Schaf! Achte auf deine Freunde, ein Wolf laut in der Nähe! Das stimmt gar nicht, da steht! Achte auf dein Schaf, du bist ein Freund! Ah! Du hast gehört dir gesagt, ein Golf laut in der Nähe! Ein VW-Golf! Ja, ein VW-Golf! Höchst Vorsicht angebracht! Ein VW-Golf ist auf tödlichem... Du bist so dumm hier! Ey, äh, ich bin grad ganz alleine hier, also äh, ich bin's schonmal nicht! Ich bin auch grad komplett alleine, aber... Wahrscheinlich ist Ronja unsichtbar Urlaub so! Ey, Topf, Topf, wir reden von, Topf, wir reden von innen, nicht real life! AHHHHHH! AHHHHH! Das ist dieser Sticke! Ey, wer ist für mich hier? Ich hab ne leere Glasbottel, hier liegt ne leere Glasbottel. Ah ne, das war für die Flasche! Oh ne, das ist Topf! ich habe mich noch nicht gefunden es gibt ein paar ich bin mit julian der vor juli moly sag mal ihr wieso seid ihr so schnell in kisten luten ich glaube ich hier erst mal aus der nein ich habe noch keinen gefunden wirklich ich habe gedacht ich habe einen geheimgang gebunden genau so kommen runter in den maschinen ich glaube das ist eine falle und es ist tubs noch gar nicht bei den wo die luftauslässer sind die heißen ja ich bin ganz oben beim schiff ja ich habe auch ich kaufe jetzt hier eine captains rifle wir haben mich jetzt angreift wird erschossen von mir ganz einfach wir bilden ganz oben oder ich bin scharf alles gut ich töte dich wenn du mich tötest du hast also wirst du wahrscheinlich besser als ich tötet dann ganz richtig können dazu durchsage wenn ich tötet ist sie der wolf wow was für eine aussage ich werde unter eurem bett sein heute nacht und damit ich aufs reißen ja genau du wirst ja genau die kisten ja aber ich habe 30 jährlich bist du hier oben suche wolf suche und entweder juli oder julian also ich weiß nicht was es keine ahnung ich weiß nicht was ich sage ich doch da hast du ich sehe nichts hier öffnet sich nicht deswegen wollte ich gucken ob du irgendwas anderes ich glaube das ist das wo ich hier ist ein bisschen kein mehr weil ich weiß was passiert deswegen war natürlich schon am rand hier ich glaube hier ist es so ein diese waffe ist so schlecht die runde kein glück du bist ein schaf und du bist ein affe du bist einfach nur wegen seiner art du bist ein aggressiver tobias ist eine geile rolle aber muss ich sagen aggressiver tobias leute mit 10.000 likes fügen wir die rolle aggressiver tobias an ich wollte euch nur ganz wichtig mal sagen dass top sich lesen kann jetzt mal kein spaß ich hätte so bock die wolf dreimal die woche zu bringen oder was sagt ihr richtig wenig cool drin das war gerade ein freundliches auf die schulter klopfen ohne grund alles klar wenn jemand unsichtbar ist dann bin ich das okay also das ist ja schön drauf jahren ja 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 das ist bei mir irgendwie etwas bin grad hier ja 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 ich weiß der wei Ich bin eben schon da. Warte, soll ich auch kaufen? Nein, wir darf nur einer, gell? Ja, wir darf nur einer, gell? Nein, ist gesammt, sonst ist es langweilig. Entweder Tobst oder Ronja. Nein, nein. Jetzt würde ich auch sagen, alles klar, ich töte jetzt einfach nur Verdacht. Und Tobst, Ronja, schlägt mich zurück. Ronja, 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 Ronja. Ich glaube Ronja ist es. Auf gehts, ich würde mal sagen, eine Hunde ist noch drehen, wo wir Tobst, das Wolf töten können. Auf gehts hier. Du bist ein Wolf, töte alle anderen. Vor allem Tobias als allererstes hier. Du bist ein Schaf, achte auf deine Freunde. Ja, ja. Dann taust du Lorde in deiner Umgebung. Ja, mein, das war ja Topwitz. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Du bist ein Schaf, ziehe eine Lederhose an und tanze wie ein... Du bist ein Jodler. Du bist ein Jodler. Du bist ein Jodler. Ja, mein. Ey, ich werfe euch. Hey, oh mein, die Dannen zopfen. Diese gern. Ey, Flo, klar war nicht mein Loot. Ey, Topwitz, Ronja sieht aus, hier mein Jod hier. Ich meine mein Jod hier mein Jod. Mein Hab und Gut, Klaus. Warte, warte. Ich war schon hier unten. Ja, ja, ich war schon hier. Hier ist noch ein Klopf. Das ist, was ich letzte Folge gesagt habe. Siehst du hier was? Ey, ja, ja, hau mich! Ey, Flo greift uns an. Flo, 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 Flo! Tops, Hilfe! Das ist das übelste Ding hier. Wölf ist es aktiv, du bist ein Schaf, okay. Ich glaube, jetzt ist es... Wer haben wir noch nicht? Warte mal. Roll haben wir noch nicht, oder? Ich war schon. Hä, waren wir jetzt alle schon mal? Das ist Ronjolf. Ronjolf ist es. Gott, jetzt all der Loot. Alles klar. Hä, Flo! Blöder Hacker-Man. Warte, Julian? Äh, Julian ist ruhig, ja. Oh, Julian ist tot. Tops war's. Hä, nein, 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 nein. Alles klar. Ich wollte er mich gar nicht auf dem Samen machen. Oh, erklär, das heißt, du musst Tops an. Äh, nein. Doch! Doch! Flo lenkt auf mich ab. Es ist wohl offensichtlich, ja. Ja, ich bin sie. Du, ich war gerade ewig. Ich war schon zweimal die runter. Ja, und das hat auch nichts für Bedeutnisse zufällig. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit entsprechen gegen dich, Tops. Also, ich hätte nichts dagegen, Wolf zu sein. Aber mein Tipp liegt darauf, dass es Tobias ist, oder? Ich meine, Ronja ist auch halbwegs verdächtig. Ich bin auf jeden Fall nicht Wolf. Ha! Auf jeden Fall Julian ist es, Jumma. Julian ist auch gecrashed. Er wird sagen, ja, Julian, das ist alles klar. Haben wir uns darauf geeinigt. Auf geht's, Julian. Lass einfach alle in Frieden leben jetzt. So haben wir das Schaf. Wie wäre das hier? Ja, genau. Bis glücklich dein Lebensende oder so. Äh. Ey, kann es ehrlich sein, dass Julian es will? Das kann nicht sein, dass Julian es ist, oder? Das kann nicht sein, glaub ich, nee. Das kann nicht, weil der war gar nicht auf dem Server. Ey, hier mal ganz nach oben, hier. Der kann nicht mit ihm gerechnet werden. Ich roll nicht komplett zu diesem Geheimgewohn. Oh, du bist nicht hier. Ich bin schon hier. Achtung! Ich hab, äh... Ey, komm mal, lass mal hier reingehen. Warte mal, äh, wenn ich so ein Minuten reingehen, dann drück ich hier. Oh ja, ich würde gerne mal reingehen. Ich, äh, ne, ich hab nur... Bei dem, äh, äh, Dings, bei dem, äh, Kohleblocker, weil das ist hier. Okay. Ist das hier? Äh, ja. Komm ich mit hier? Ich, glaub ich. Äh, ich weiß nicht, ob du mitkommen kannst. Oh ja. Ey, Achtung! Flosses! Flosses! Hä? Ich hasse dich. Hey, Ronja, was ist denn? Was ist denn, Ronja? Willst du nicht mit mir in den Geheimgang gehen? Ganz klar. Ganz klar. Äh... Ähm... Oh Mann. Was hast du getan? Was hast du der armen, kleinen Ronja angetan? Es... es tut so weh. Die, äh, arm und klein ist. Julian ist der Wolf, ich bin so nicht. So ne Sauerei, Mann. So, wir hatten das vorhin schon, ne? Hier, schwirrt, warte! Ich komm jetzt! Ronja, Ronja, Floss, Wolf, Floss, Wolf! Ronja! Sag doch eigentlich was! No! Ha! Es ist nicht so! Ich bin tot, du Depp! Oh mein Gott, nein, 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 nein! Ja! So, das war's auch schon mit dieser Folge Minecraft. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lass den Daumen hoch da und einen Kommentar. Bis nächstes Mal. Ciao!